jo leute jetzt willkommen zu einem neuen video hier auf meinem channel wir spielen heute wieder quick bad was und es geht jetzt auch schon direkt los leute und ich bin mit drei leuten im team gegen jeweils wieder mal drei vierer teams immer ich bin irgendwie immer in der unterzahl also ich weiß nicht warum aber es ist echt blöd aber naja ist ja egal wie wir gewinnen trotzdem würde ich jetzt mal sagen hauptsache der staubt sich hier alles ab das finde ich auch am the way server eigentlich besser dass man auch zu zweit sich das ganze holen kann das ist eigentlich ganz gut so aber wenn jetzt auf jeden fall mal direkt nach vorne gehen alles klar ich nehme übrigens jeden als freund noch aktuell an hier auf dem kommenden server also könnt ihr noch anfragen raushauen wenn ihr wollt auf dem way server sieht das schon wieder anders aus da bin ich nämlich schon seit längerem ist meine freundesliste schon voll und ich habe nur über 450 offene anfragen also das ist schon krass leute das ist wirklich krass erst mal hier gönnen gönnung pur würde ich sagen anziehen die scheiße jetzt brauche ich noch mal ein bisschen leben was mit dem typen eigentlich der chillt da seine basis die ganze zeit junge junge jetzt ist er aber wieder gekommen wir haben hier übelst viel zeug zack jetzt können wir dem hier auch alles hinwerfen von mir aus so ist denn hier eigentlich das bett ich sehe da nämlich noch gar nicht ist er da hinten drinnen ist da hinten drinnen what the fuck alles klar also wir brauchen auf jeden fall zeit hier schon mal 3 3 3 3 20 haben ungefähr ja ist noch akzeptabel ich habe jetzt natürlich hier übelste equip eigentlich ich möchte damit jetzt eigentlich ungern sterben wenn ich ehrlich bin so adios so ich brauche zeit gold und direkt mal zu uns hin uiuiuiuiui ok ok jetzt müssen wir uns schnell rüber bauen aber wir haben nur ein zeit das ist gar nicht so viel so aber wir bauen uns mal eben rüber dann geben wir das direkt mal ab so guck mal wie viel das ist 2 30 das sind wirklich nur 10 sekunden crank ich hätte echt gedacht dass wir mehr 10 sekunden ist jetzt eine minute wird geiler oder es droppt halt richtig schnell dann ist das ja okay und ich werde mir jetzt auch mal ein schwert machen und werde da richtig aufräumen leute haben sogar auch hier 3 gold schmeißen wir den mal hin jetzt machen wir mal ein bisschen action kommt mal her oh jetzt können wir rein jetzt können wir rein haben wir zeit haben wir auch können wir hier ein bisschen defung betreiben sehr geil also zeitmäßig sind wir im vorteil wir haben zwei zeit drei zeit sogar sind 30 sekunden die wir auch noch mal plus kriegen das ist nicht schlecht leute das ist ziemlich gut sogar und das werden wir direkt auch wieder abgeben damit hier keiner unsere zeit ablaufen sieht so zack 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 ja wir sind hier ja gleich mit dem grünen ok jetzt hat er sich auf jeden fall gegönnt ach scheiße ich hatte viel gold ich hätte mir einen bogen machen können das wäre natürlich gg gewesen und da oben bauen die sich auf jeden fall hart lang jetzt sind gerade zwei grüne in der mitte da kann ich jetzt eigentlich nicht so gerne in die mitte gehen also entweder wir team grün oder wir gewinnen grün mit drei leuten in der mitte alter richtig krass aber hinten geht dem rot jetzt auf die drauf oh das ist gut jetzt können wir wieder rein und er fällt einfach so runter so ender perle endertruhe meine ich wenn natürlich sehr gut wenn wir auch eine haben ich weiß aber nicht wie teuer die sind die könnte natürlich vier gold auch kosten oder kommt ein blauer ja gut da wird er nicht bringen kollege so erste bett ist auf jeden fall kaputt kostet nur ein gold alles klar der typ der wille denn anders ist er tot ne ich weiß es nicht versucht auf jeden fall irgendwas ich werde mir jetzt aber hier mal die zeit noch schnell nehmen und das auch mal schnell noch rüber bringen hier das gibt es doch nicht da waren zwei leute von uns und die lassen sich einfach diese scheiße hier kaputt schlagen leute was willst du tun da kannst du nichts gegen tun fuck man können wir uns jetzt hier irgendwie noch was holen feuerzeug wäre das so geil ein trank wäre natürlich cool was ist das hier? Tracker überhaupt brauchen wir nicht öfff Nahrung wäre vielleicht auch ganz gut ein bisschen Nahrung, ein bisschen Esserei Perks was bringt mir das? Shred Level 1 Kussplatte ok wäre eigentlich auch nicht so viel Kisten ne also Kisten auch nicht so aber hier eine gute Spitzhack vielleicht ach scheiß drauf ich gebe dem die elf Dinger hier so wir haben eigentlich alles vielleicht noch ein paar Blöcke mitnehmen und dann gehen wir auch in den Krieg dann gehen wir direkt in den Krieg dann kommen wir auch natürlich heil wieder nach Hause so klar aber der Blaue ist eigentlich jetzt ausgeschieben weil das Bett von Team Blau war ja auch kaputt ne also eigentlich müsste der raus sein ja gehe und bleib weg scheiß Typ Alter der ist schon mal unten oh ich bin tot scheiße man was hatte der bitte für ein Schwert das war auf jeden Fall gut fuck naja aber ich würde sagen war trotzdem eine angenehme Runde oder Leute ja schade dass man nicht gewonnen hat aber Leute was soll's man kann ja nicht immer gewinnen ja Team Gelbe sind wir jetzt komplett raus schade schade aber wir waren auch einer weniger ja das ist jetzt die Ausrede ja okay ja Leute wenn es euch gefallen hat dann würde ich mich über einen Like natürlich freuen und ansonsten sind wir uns einfach oder heute im zweiten Video ich weiß es nicht also Leute tschüss